Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge Fortnite. Wir gucken mal, dass wir wieder ein bisschen was geschissen kriegen mit unserem Glibberfreund hier. Und dem Skateboard auf dem Rücken. Wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Wir versuchen mal, da auf diesen Bergwipfel zu kommen, weil da waren wir scheinbar noch nicht. Und ja. Ah, ich habe nur eigentlich meinen Busfahrer bedankt, glaube ich, diesmal. Oh, oh. Ich denke, das wird keine gute Runde. So. Wie sieht es denn aus, überhaupt? Sieht eigentlich erstmal ziemlich gut aus. Okay. So. Nehmen wir erst mal alles hier. Irgendwas ist mit meiner Maus. Ich weiß nicht. Irgendwie. Irgendwie ist die Mausempfindlichkeit immer irgendwie überall zurückgesetzt. Oder ich habe einfach keine Ahnung von dem Teil. So, was ist da oben noch? Hier ist noch. Moni, Moni. Oh ja, da sind wir auch mit. Hier ist noch Moni. Hier ist noch Moni. So, wir müssen erstmal kurz hier. Das kommt hier hin. So. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Naja, hier ist noch eine Kiste. Naja. Okay, grüne Schau, die haben wir schon. Die Banaten nehmen wir mal noch mit. Was ist denn los? Egal. Irgendwas ist mit meiner Mausempfindlichkeit. Ich kriege hier... Äh... Grafik? Ne, hier. Empfindlichkeit. Speichern. Okay, das ist schon besser. So, wir gehen mal hier hoch. Gucken wir mal, was da noch ist. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich renne jetzt hier wieder letzte... Vollhorst. Ist hier wahrscheinlich gar nichts, ne? Ah ja. So, wo müssen wir denn hin? Nach Lazy Lake. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Snacken wir uns auch noch? Ah, ist natürlich runtergefallen. So ein Fettsack. Oh, oh. Oh Gott, okay. So, was haben wir da jetzt noch? Grüne Farmers? Ne, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Der Rest kann da ruhig weiter schwimmen. War da gerade einer? Da ist noch was. Na, so ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Ach man, da schon. Aha, hier war also einer. Hier war schon einer. Mist. Ja. Frage ist halt, kann man da jetzt trotzdem noch hin? Oder sollte man es lieber lassen dann? Sie war auf jeden Fall, hier waren auf jeden Fall schon welche. Aber ich höre noch. Da, da warst du auch. Ich höre noch mal und. So, wenn du da jetzt noch ein paar Mal. Ich höre noch über das Mal. Ich höre noch. Ich höre noch mal. Auch wenn du da hast. Ich höre noch mal. Das ist halt nicht vergall. Wie ist das? Ich höre noch mal. Ich höre noch. Ich höre noch. Ich höre noch nicht. Ich höre noch nicht. Nicht. Das war's. Musst du mal aufstehen oder was? Nee. Da kann man natürlich auch nicht schießen. Oh. Das denn? Okay. Der war ja völlig lost. Was war der mit ihm? Hm. Okay. 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 Eieieiei, was war da denn los, Freunde? So, erstmal hier die Lage checken. Erstmal die Lage checken. Da hinten, da war nämlich gerade einer eigentlich. So, wo müssen wir denn hin? Oh je. Äh, nee. Frage ist halt... Ich würd' sagen, wir gehen einfach mal hier außen rum. Allerdings noch ein Medikit. Gehen wir mal mit. Oh. Oh, jetzt muss ich aber echt langsam los. Oh. Oh. Was ist hier los? Ey. Ach, weil die kacken Maus noch an ist. Warte mal. Warte mal, es ist nicht jetzt los. Warte mal, es ist nicht jetzt los. Hm. So, da oben könnte natürlich einer sein. Ich hoffe aber nicht. Dass er sich schon wieder verpieselt hat. Wir müssen jetzt einfach durchrennen. Es hilft nix. Ach, jetzt wird das noch nicht klein, ne? Doch. Hörten wir mal alles noch mit hier. Naja. Da ist auch einer. Oh. Ich würde ja noch snacken kann. Oh. 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 Oh nein. 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 Nein! Oh! Nein! Kacke! Oh, er hatte nur noch so wenig. Scheißdrück, ey. Ach, schade. Schade, schade, schade. Aber es war okay. War okay. So, der Kleine ist auch wieder wach. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel rumgeschrien. Okay. Das ist nicht so ein cooler Hintergrund, muss ich ganz ehrlich sagen. Will ich den irgendwie immer noch besser. So. So, Freunde. Das war auch eine Folge Fortnite. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn nicht, dann halt auch nicht. Ist auch vollkommen okay. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage Tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Dann kommen wir kurz mit dir aus. Hmm. Auf jeden allem. Vielen Dank.